Schöner Jüngling, die Fürstin hat... ...hat mir aufgetragen, dir zu sagen... ...dass der Weg zu deinem Glück gewarnt sei. Sie hat... Sie hat jedes deiner Worte gehört. Sie hat... Sie hat jeden Zug in deinem Gesicht gelesen. Ja, noch mehr. Ihr mütterliches Herz hat beschlossen... ...hat beschossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat dieser Jüngling... ...sagt sie, sagt sie, auch so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist. So ist meine Tochter Pamina ganz gewiss gerettet. Gerettet? Wovor gerettet? Ein mächtiger, böser Dämon. Zarastro! Hat sie der Mutter entrissen? Entrissen? Wo sagt, wo ist der Tyrann? Sehr nah an unseren Bergen lebt er, aber seine Burg ist sorgsam bewacht. Kommt, Mädchen, führt mich! Pamina sei gerettet, das schwöre ich bei meiner Liebe.